eine luxusvilla in der nähe der indischen hauptstadt neudehli hier wird in diesen tagen eine prachtvolle hochzeit gefeiert mit knapp 1000 gästen wie in einem bollywood film die brautleute entstammen zwei wohlhabenden familien aus der textilbranche los tanzen wir zu ehren des prinzen der heute heiratet der junge ehrengast ein cousin der braut ist millionär evan lutra versteht sich als internetunternehmer er hat dem paar zur hochzeit viel geld geschenkt evan ist wie ein bruder und er hat viel für uns getan ich liebe ihn sind sie stolz auf ihn klar bin ich stolz auf ihn sogar sehr bei jeder begegnung verteilt lutra geldgeschenke zwei drittel des jahres verbringt er außerhalb indiens doch diese hochzeit wollte er auf keinen fall versäumen ich will nicht den kontakt zu meiner heimat verlieren man sagt hier egal wie viel erfolg du hast vergisst nie deine wurzeln indische hochzeiten dauern in der regel mindestens eine woche mit fünf oder sechs empfängen sie sind luxuriöse extravagante angelegenheiten ich freue mich immer auf große indische hochzeiten da bin ich immer gerne dabei der junge millionär evan lutra liebt nur den luxus mehr als die tradition verschwenderische feiern sind ganz nach seinem geschmack der junge mann steht für viele super reiche indische geschäftsleute hier nennt man sie auch die neuen maharajas sie sind reich verwöhnt und kennen keine selbstzweifel mit dem indien ihrer vorfahren und deren wertvorstellungen verbindet sie nicht mehr viel seit 2015 liegt indien hinter china und den usa auf platz drei der länder mit den meisten dollar milliardären nicht einmal 60 der reichsten inder besitzen mittlerweile mehr als die ärmsten 70 prozent der bevölkerung zusammen nuida ein vorort von neu delhi hinter diesen toren liegt ein exklusives gut bewachtes wohnviertel das neureiche inder mit vorliebe beziehen auf der dachterrasse des hauses seiner eltern treffen wir den jungunternehmer evan lutra wieder ich weiß nicht wie ich sie zurückhole nutra ist mit seinem neuen spielzeug beschäftigt eine flugdrohne im wert von rund 2000 euro wo ist das fehlende teil ist sie kaputt ja ich glaube sie ist kaputt das sehen wir wenn wir sie nächstes mal fliegen lassen in dieser luxus maisonette wohnung mit blick über die hauptstadt lebt evan noch bei seinen eltern als six gehören sie einer religiösen minderheit an die in indien als besonders geschäftstüchtig gilt evan lutra beschloss früh der familientradition zu folgen und unternehmer zu werden mit zwölf jahren erfand er seine erste smartphone app statt zu studieren gründete er direkt nach der schule die erste seiner mittlerweile zwölf firmen das sind meine selbst gesteckten ziele mit 21 wollte ich eine million dollar im monat verdienen da fehlt nicht mehr viel mit 23 dann eine million pro woche und mit 25 eine pro tag auf seinem weg zum milliardär scheut sich der jungunternehmer nicht seine erfolge offen zur schau zu stellen er liebt jede art von luxus und sieht in den meisten seiner anschaffungen eine investition gold und schwarz sind zwei meiner lieblingsfarben deshalb habe ich diese massiv goldene iphone hülle sie hat 10.000 pfund gekostet aber wenn ich sie verkaufe in ein paar jahren kriege ich bestimmt noch mehr dafür sie ist nur eine geldanlage seine zweite schwäche ist schlangen leder natürlich mit gold applikationen echte python das ist in indien illegal und ich könnte dafür in den knast gehen aber es scheint keinen zu stören viele leute missachten diese gesetze ganz offen diese tasche hat 8000 dollar gekostet aber sie verliert nicht an wert ich könnte sie teurer verkaufen vor allem weil jetzt meine initialen draufstehen nutras büro ist in einem firmengebäude der familie untergebracht im fensterlosen keller des hauses arbeiten seine angestellten die zielgruppe seiner neuesten anwendung ähnelt ihm selbst junge großstadtbewohner mit sehr viel geld es geht um tische nachtclubs wenn jemand mit freunden ausgehen will und er möchte einen vip tisch reservieren guten service bekommen und viel geld ausgeben dann kann er mit dieser app den tisch buchen nur ein klick hier um schnell viel geld zu machen nutzt lutra gerne die ideen anderer erhält anteile an dutzenden von start-up unternehmen deren gewinne lassen sein eigenes vermögen wachsen die 90.000 die ich kürzlich in eine firma investierte sind heute zwei millionen wert meine investition hat sich verzwanzigfacht seine eltern führen mehrere erfolgreiche mode firmen das geld für seine ersten geschäftsideen bekam evan lutra von seinem vater doch die modeindustrie hat ihn nie interessiert sie ist ihm zu altmodisch diese firmen mit ihren hunderten von arbeitern soll sein jüngerer bruder übernehmen nutra senior ist zwar vom erfolg seines sohnes begeistert doch dessen verschwenderischer lebensstil macht ihm sorgen in indien ist es nicht gut wenn jemand zeigt dass er geld hat im ausland ist das den leuten egal aber in indien kauft man ein auto und alle nachbarn sagen du hast ein großes auto gekauft letztes jahr war er 240 tage weg okay aber die 120 tage in indien kannst du ein paar stunden der tradition gemäß leben seine mutter sagt ihm das immer er soll die tradition respektieren die tradition muss warten schon plant der junge multimillionär seine nächsten reisen nach europa und in die usa wo er tun und lassen kann was er will neureiche inder wie evan orientieren sich nicht am bürgerlichen hintergrund ihrer familie sondern am prunk der früheren herrscher der waren maharajas auch heute noch besitzen deren nachkommen riesige ländereien und paläste vor allem im nordindischen rajasthan wie dieses 1630 erbaute schloss das seit 1737 der familie als isa gehört als nahe verwandte der maharajas von jaipur haben sie ihren königlichen lebensstil bis heute erhalten wenn der raja nicht hier ist bleibt die fahne unten aber heute ist er hier die familie als isa hat drei paläste die heute alle als luxushotels dienen geht und holt das frühstück der 33 jährige abhimanyu als isa ist der älteste sohn der familie er frühstückt jeden tag gemeinsam mit seinem bruder stilvoll an einem tisch im schlafzimmer mit silbernem geschirr und kellnern in uniform wenn ich unten im speisesaal frühstücke kommen die leute zu mir und stellen mir fragen das mag ich nicht die erste mahlzeit des tages muss ich in ruhe genießen mit nur den menschen die ich um mich haben will danach plane ich meinen tag was zu tun ist und wann und wie vor 15 jahren machte abhimanyus vater den palast zum hotel er übergab die leitung seinem ältesten sohn der in ähnlichen luxushotels management gelernt hat die rund 50 zimmer kosten im schnitt 200 euro pro nacht viel für indien jedes mal wenn ich hierher komme quartiere ich mich in einem anderen zimmer ein das hat viele vorteile schließlich kommen die leute hierher um sich für ein paar tage wie maharajas zu fühlen und so zu leben wie ich deshalb sind alle zimmer verschieden jedes spiegelt ein stück meines lebens und meines stils wieder und meine leidenschaft für meine arbeit der unterhalt und die renovierung der jahrhunderte alten paläste verschlingt einen gut teil der einnahmen schnell wieder vor allem da abhimanyu als sisa von allem nur das beste will das ist der darbar der empfangssaal des palastes hier hielt mein großvater audienz und empfing besucher alle diese bilder zeigen meine vorfahren wir brauchten rund 14.000 bögen blattgold um diesen saal originalgetreu zu restaurieren das hat ungefähr ein jahr gedauert allein dieses blattgold kostete das familienunternehmen mehrere zehntausend euro um solche rechnungen bezahlen zu können und um sich von anderen palasthotels im land zu unterscheiden organisiert abhimanyu als sisa jedes jahr ein festival für elektronische musik in seinem palast hunderte von helfern sind im einsatz in weniger als 24 stunden beginnen konzerte auf mehreren bühnen das ist das mischpult von dem die ganze magie ausgeht wirkt unauffällig oder seit 2014 verwandelt sich der altehrwürdige palast an drei tagen im dezember in eine pilgerstätte für musikfans die idee dafür lieferte eine ikone des rock und erfahrener geschäftsmann der in dieser gegend urlaub machte wir waren zusammen was trinken mein onkel der maharajah von jaipur mick jagger und ich als mick von meinem onkel hörte dass ich die leitung des palastes bekommen hatte meinte er wow da solltest du ein festival machen in seinem original jeep von 1953 fährt als sisa noch einmal das gelände und die umgebung ab er will sicher gehen dass alles bereit ist auch im dorf rund um den palast hier muss noch sauber gemacht werden das machen wir morgen die andere seite ist schon fertig junge künstler haben den auftrag einige mauern im dorf zu bemalen sehr schön letztes mal lungerten hier leute herum das will ich diesmal nicht sehen die anforderungen sind hoch rund 3000 besucher werden erwartet meist junge angehörige der schickeria von neu delhi für die festival tickets haben sie über 100 euro bezahlt eine hohe summe in indien wir haben dieses jahr über 700 zelt aufgebaut ganz nah am palast das magnetic fields festival ist mittlerweile über indien hinaus bekannt mehr als 40 djs sind als sisas anfrage gefolgt und aus der ganzen welt hierher gekommen wie diese experimentellen klangkünstler aus luxemburg sein palast hotel und den namen als sisa welt berühmt zu machen das erhofft sich der hausherr der das konzert auch selbst genießt musik macht mich richtig high vor allem wenn sie in meinem haus spielt im palast ist die stimmung super alle tanzen und haben spaß jetzt muss nur noch das dorf mitmachen seit januar 2017 veranstaltet die familie als sisa außerdem ein festival für traditionelle indische musik in einem anderen ihrer paläste die indischen maharajahs zählten bis vor rund 100 jahren zu den vermögendsten menschen der welt doch immer schon war indien ein land extremer kontraste zwischen bitter arm und super reich das hinduistische kastensystem zementiert kaum überwindbare gesellschaftliche schranken offiziell wurde das kastensystem 1947 abgeschafft doch in den köpfen regiert es noch immer auch in diesem abgelegenen dorf dennoch begann hier eine der erstaunlichsten karrieren des landes kalpana saroj ist eine indische unternehmerin und multimillionärin und sie wurde hier geboren in einfachsten verhältnissen ihr vater war dorfpolizist der familie gehörte nicht einmal das land auf dem ihre hütte steht in diesem haus kam ich zur welt es hat sich seitdem praktisch nicht verändert so kann ich mich immer wieder daran erinnern woher ich komme und wie weit ich es gebracht habe die einzige bewohnerin der lehmhütte ist ihre 85 jährige tante obwohl ihre nicht der reich ist will sie hier nicht weg es ist noch genau wie früher dieser holzofen ist ihre ganze küche und sie holt sich das wasser vom brunnen sie möchte von niemandem abhängig sein das geld das sie ausgibt verdient sie selbst wie geht es dir ist alles gut ich bin so stolzhaftig wenn kalpana saroj ihr heimatdorf besucht bildet sich schnell eine menschenmenge dabei stammt sie aus einem ortsteil der den ärmsten der armen vorbehalten ist diese abflussrinne zog sich als grenzlinie mitten durchs dorf auf dieser seite lebten die menschen aus höheren kasten und hier wo ich gehe auf der anderen seite die aus den niedrigen kasten die unberührbaren die dalit oder unberührbaren gelten anderen hindus als unrein traditionell durften sie nur niedrigste arbeiten verrichten und waren kaum mehr als sklaven mein großvater arbeitete für leute aus höheren kasten als wir klein waren gingen wir oft mit aber wir durften die häuser dieser menschen nicht betreten wir mussten draußen in einem abgegrenzten bereich warten wir durften ihr essen nicht berühren und wenn sie uns wasser gaben dann nur in bechern die sonst niemand benutzte saroc kehrt oft in ihr dorf zurück um den menschen dort zu helfen heute eröffnet sie ein mobiles gesundheitszentrum in dem die bewohner für kurze zeit kostenlose augenuntersuchungen und brillen bekommen können wie geht es ihnen gut ich habe nur ein problem mit dem rechten auge sehen sie jetzt besser dann behalten sie die brille ist das gut so die nächstgelegene klinik ist zwei stunden fußmarsch entfernt solche untersuchungen vor ort grenzen an luxus ich habe selbst armut erfahren und weiß genau welche probleme die menschen hier haben wann immer es meine zeit erlaubt helfe ich meiner gemeinde in der heimat das sehe ich als meine pflicht an ob brillen untersuchungen oder blutspenden sie organisiert alles und lässt sogar für alle dorfbewohner essen in einem eigens aufgestellten zelt servieren das süße dessert verteilt die gastgeberin selbst guten appetit das menü ist diesmal etwas neues die lebensgeschichte von kalpana saroc beginnt wie unzählige andere in indien mit zwölf wird sie aus der schule genommen und zur ehe mit einem zehn jahre älteren mann gezwungen bei dessen familie lebt sie in einem mumbaier slam wie eine dienerin wird geschlagen und muss hungern ihr vater setzt eine scheidung durch und holt sie zurück doch dafür hat niemand im dorf verständnis die leute verstanden nicht dass ich geschieden war bis heute finden sie es schwer zu begreifen dass eine frau ihren mann verlassen kann damals war das noch extremer sie redeten hinter meinem rücken und wiechen mehr aus daraufhin versuchte ich mir das leben zu nehmen und nahm gift danach habe ich mich verändert ich wollte unbedingt beweisen dass ich nicht wertlos bin und fing an zu kämpfen das war der erste schritt auf meinem weg mit 16 jahren zieht kalpana saroc nach mumbai alles was sie hat sind ein paar ersparnisse und talent als näherin sie arbeitet in einer textilfabrik und spart ein bisschen geld mit einem förderkredit gründet sie ein kleines möbelgeschäft dann kauft sie ein stück land und verkauft es mit gewinn an einen investor seitdem ist sie im immobiliengeschäft damals investierte ich alles was ich besaß ich als frau und unberührbare ein historischer moment denn mein ganzes leben lang wurde ich wie alle aus meiner kaste vom rest der gesellschaft wie eine sklavin behandelt ich musste hart darum kämpfen aber ich konnte die geschichte umschreiben und das macht mich froh mit mut und selbstbewusstsein setzt sich kalpana saroc gegen vorurteile und unterdrückung ein ihr aufstieg erscheint wie ein indisches märchen doch obwohl sie heute an der spitze eines mächtigen immobilien und bauunternehmens steht arbeitet sie in einem relativ kleinen büro und trägt ihren reichtum nicht zur schau dem protz einiger ihrer landsleute empfindet sie als unanständig so haben wir uns dieses projekt vorgestellt es soll ein hotel mit 105 zimmern werden leider kein fünf sterne haus denn für ein luxushotel sind die zimmer zu klein vor baubeginn müssen wir 300 millionen rupien auf den tisch legen kalpanas tochter sima arbeitet im familienunternehmen mit nach ihrem studium in london beschloss die 30 jährige ihrer mutter zu folgen ihr neustes projekt liegt in der mumbaier innenstadt das haus gehört ihrer mutter und ist rund 120 millionen euro wert die grundstückspreise in mumbai zählen zu den höchsten weltweit das gute an diesem gebäude ist der blick auf das tach hotel da drüben und auf den hafen und den bahnhof auf dieser seite ich glaube hier werden die leute gerne sitzen und die abende genießen die 30 jährige muss sich um ihre zukunft keine sorgen machen aber anders als den erben der multimilliardäre ist ihr bewusst wie hart der reichtum ihrer mutter erarbeitet wurde sie hat meinen bruder und mich nie wissen lassen was sie durchgemacht hat und wie schwer es für sie war für uns ist sie immer eine fröhliche liebende mutter sie hat uns nichts von ihrer schweren vergangenheit erzählt erst als leute wie sie kamen und interviews mit ihr gemacht haben da haben wir aus den interviews gelernt wie schwierig es für sie war das zu erreichen auch im privaten unterscheidet sich kalpana saroc von anderen superreichen sie führt kein abgeschottetes luxusleben in einer villa oder einem penthouse sie lebt mit ihrer familie in einer ganz normalen wohnung im norden mumbais sonntags empfängt sie gerne gäste bei sich zu hause angehörige und nachbarn kommen zu besuch und sie hat immer ein offenes ohr für hilfesuchende haben sie fotos von ihren töchtern mitgebracht ja habe ich ich zeige sie ihn das ehepaar stammt aus ihrem heimatdorf und hat eine 15 stündige busfahrt hinter sich um ihr von der hochzeit ihrer beiden töchter zu berichten wir sind 50.000 rupien für die hochzeitsfeier das ist für sie ist das genug schön das problem ist gelöst 50.000 rupien also 630 euro das entspricht einem jahreseinkommen dieser kleinbauern schauen sie tränen der freude was werden sie mit dem geld jetzt tun ich werde ins dorf zurückfahren und mit den vorbereitungen beginnen zählte für die zeremonie aufbauen und so weiter was bedeutet sie ihnen sie ist fast wie eine göttin kalpana saroc hat ihre wurzeln nie vergessen und sie hilft wo sie kann das macht sie zu einer ausnahmeerscheinung unter neureichen indern es brachte ihr einen verdienstorden ein aber zu den allerreichsten den milliardären gehört sie nicht in deren exklusiven club dreht sich alles um geld luxus und die größtmögliche show an der indischen westküste ist ein beliebter tummelplatz der super reichen wenn ihnen die großstadt zu eng wird die strände sind nur etwas für touristen wer etwas auf sich hält hat hier villa und yacht wir fahren am wochenende raus mit ein paar alten schulfreunden einmal im jahr kommen meine freunde aus dem ausland dafür zurück gautam singania ist einer der bekanntesten milliardäre indiens er leitet unter anderem den größten bekleidungskonzern des landes den sein vater ihm überschrieb sein vermögen wird auf mindestens 1,5 milliarden dollar geschätzt er besitzt mehrere luxusjachten darunter die aschena 46 meter lang mit drei decks und fünf gäste suiteen eine sonderanfertigung aus edelstem teakholz kein wunder dass singanjas schulfreunde gerne nach goa kommen denn schon zum frühstück gibt es trüffel omelette kaviar und natürlich champagner ein traum aus champagner und kaviar alles frisch aus london eingeflogen seine alten kumpel sollen ein wochenende lang leben wie die milliardäre mag gautam luxus nein er mag superluxus das bedeutet er hat viel erreicht und will von allem nur das beste egal wo ob in mumbai oder goa liebt er den luxus solch ein leben zu führen ist nicht einfach es ist leicht zu sagen ich hätte gerne eine yacht und ein flugzeug aber von all den millionären und milliardären die ich kenne lebt kaum einer so wie er schon am späten vormittag erinnert die gruppe der über 50 jährigen männer an ausgelassene teenager nur art und größe ihres spielzeugs hat sich verändert die beliebtheit goas bei indischen milliardären liegt an der geografischen nähe zu mumbai über die hälfte aller superreichen inder wohnt hier eine megastadt mit über 20 millionen einwohnern von denen viele so gut wie gar nichts besitzen und einige unfassbar viel zum beispiel ein eigenes hochhaus mitten in der stadt manche dieser türme sind über eine milliarde euro wert mit 37 stockwerken und blick aufs meer residiert gautam singania ein palast für sich und seine familie eine filiale seiner kette ziert das erdgeschoss raymond die herren ausstatter marke hat in indien 60 prozent marktanteil über 1000 eigene ladengeschäfte und 20.000 verkaufsstellen im ganzen land bringen einen jährlichen umsatz von rund 70 millionen euro dieser stoff kostet 300.000 rupien pro meter ein anzug daraus würde rund 14.000 euro kosten nur für das material ohne arbeitskosten und so weiter die marke raymond verwendet stoffe von drei euro bis 400 euro pro meter und alles dazwischen vom taxifahrer bis zu herren tata trägt jeder einen anzug von raymond singania selbst trägt nur anzüge wenn er seine geschäfte führt außerhalb des büros liebt er es sportlicher sein hobby ist die geschwindigkeit auf dem wasser an land und in der luft innerhalb von mumbai nutzt er einen seiner drei hubschrauber für den weg zur arbeit und meidet den stau im norden der metropole liegt das weitläufige firmengelände fast eine eigene stadt mit flugplatz straßen und parks hier arbeiten rund 1500 angestellte salutieren die leute ihnen immer ja das ist eine alte tradition hier regiert die familie singania seit sie in den 1940er jahren das gelände samt einer wollfabrik kaufte vor einem meeting mit dem chef steigt die spannung bei allen präsentationen für herrn singania sind schwierig weil er immer nach neuen entwicklungen sucht und sich sehr gut mit stoffen auskennt er muss den stoff nur anschauen und kann sagen welche stärke er hat und ob er synthetik pashmina oder kaschmir enthält ihn zu überzeugen ist schwer singania gibt dem entwickler team nur 30 minuten seiner zeit es geht hier nicht nur um einen aspekt wir haben den neuen stoff namens technosmart verwendet der keine falten wirft das sind die entwicklungen bei technosmart also ist das synthetik keine wolle drin doch ein bisschen 25 30 prozent zum familienunternehmen gehören auch andere industriezweige doch seit gautam singania im jahr 2000 die leitung von seinem vater übernahm fokussiert er den konzern auf seine kernmarke das textilgeschäft das machtzentrum seines imperiums liegt in diesem büro dessen wände seinen persönlichen erfolgen gewidmet sind ich hänge lieber fotos mit meinen erinnerungen auf als gemälde die keine bedeutung für mich haben singan jahres familie kommt aus rajasthan und gehört zur volksgruppe der mavari reiche händler und erfolgreiche geschäftsleute hatten sie schon als kind die vorstellung dass sie eines tages das unternehmen führen waren sie darauf vorbereitet ja seit meiner kindheit ich wurde dahingehend geschult das ist das mavari system man lernt wie das familienunternehmen funktioniert es wird erwartet dass man es übernimmt und beim essen oder an den wochenenden spricht die familie oft über das geschäft so lernt man viel darüber und die nächste generation wartet schon meine älteste tochter würde das unternehmen gerne leiten sie kam schon mit fünf jahren gerne hierher und wollte an den meetings teilnehmen sie wandert durch die büros stellt viele fragen sehr neugierig aber das ist alles sie ist noch sehr jung eine frau an der spitze des konzerns wäre revolutionär in der traditionell geprägten männerwelt der mavari deren unternehmen praktisch immer vom männlichen familienoberhaupt geführt werden wenn gautam singan ja das büro verlässt kann er sich seiner eigentlichen leidenschaft widmen er ließ eine rennstrecke auf dem eigenen firmengelände bauen und mit rennwagen ausstatten der driftsport macht ihm besonders viel spaß und er setzt sich für die verbreitung dieser motorsport art in indien ein die indischen medien feiern ihn für seine risikobereitschaft vor allem wenn er sich selbst ans steuer setzt er ist der einzige mensch in indien der sich dieses hobby leisten kann er hat vier drift cars ferraris lamborghini ist die besten autos gelegentlich nimmt gautam singan ja sogar an internationalen rennen teil wie 2014 und 15 bei der ferrari challenge das rennen ist offiziell gestartet und gautam singan ja fährt von der pole position auf platz eins und wehrt den angriff von jack diver ab singan ja die teilnahme an solchen rennen kostet ihnen millionen alles für die chance auf dem sieger podium ganz oben zu stehen sieg für singan ja seine begeisterung für schnelle autos und die bereitschaft in den sport zu investieren verhilfen ihm zu einer weiteren karriere als funktionär im fia dem weltverband des motorsports der sieg in mugello ist sein erster in dieser rennserie die übrigens nur ferrari besitzern vorbehalten ist danach feiert er den erfolg in einem exklusiven club mitten in mumbai der ihm übrigens auch gehört ich muss ihnen sagen dass dies wahrscheinlich eine der am härtesten und kämpften motorsportarten ist der konkurrenzkampf ist höllisch viel härter als bei der formel 1 dieser ehrgeizige milliardär nutzt sein geld um sich zum sportlichen nationalheld zu stilisieren doch so gerne sich indiens milliardäre von ihren landsleuten feiern lassen vorbildliches verhalten legen sie nicht immer an den tag vor allem wenn das finanzamt anklopft die steuerflucht der superreichen wird zunehmend zum problem für den indischen staat es geht um indiens extravagantesten schuldner wieso darf ein unternehmer der banken hunderte millionen rupien schuldet das land verlassen jetzt ist sein pass von der regierung eingezogen worden es geht um den berühmt berüchtigten milliardär wie jay malya ein reicher erbe bekannt als partykönig und unternehmensführer unter anderem der indischen ableger der chemieriesen höchst und bayern mit seiner biermarke kingfisher baut er sein vermögen weiter aus und gründet 2003 eine eigene airline doch da ist der himmel über indien schon heiß umkämpft das unternehmen versinkt in schulden angeblich über eine milliarde us-dollar malias gesamter besitz in indien sollte versteigert werden um seine gläubiger zu bezahlen willen flugzeuge autos doch monate nach der flucht des milliardärs steht seine autosammlung noch immer in diesem privaten parkhaus in neudehli wie um die behörden zu verhöhnen mit versteckter kamera filmen wir 40 prächtige oldtimer das persönliche museum eines reichen sammlers hat er malia diese autos gefahren nein aber vielleicht ein chauffeur nein diese autos stehen immer hier was glauben sie ist das hier alles wert das hier sind etwa 500 millionen rupien über sechs millionen euro der mechaniker erzählt von einem zweiten größeren parkhaus vom gerichtsvollzieher keine spur niemand ist gekommen um sie anzuschauen oder zu schätzen gehören sie herrn malia persönlich oder seiner firma der firma und die firma gehört herrn malia ja also gehören sie ihm eigentlich doch er ließ die edlen sammlerstücke zurück als er das land verließ gegen ihn laufen klagen unter anderem wegen steuerhinterziehung betrug und geldwäsche malias spur führt zunächst nach frankreich an die côte d'azur auf der il saint marguerite in der nähe von kann besitzt er eine der edelsten residenzen der region und eine der teuersten seine villa mit ihrem großen park wird auf 30 bis 40 millionen euro geschätzt als mit eigentümer eines formel 1 rennstalls veranstaltet malia zum rennen in monaco legendäre parties wie diese im jahr 2014 wenn vj malia feiert dann gibt es alles im überfluss der dj clement de souza arbeitet seit 20 jahren für malia und kennt dessen feiern wie kein anderer ich lege bei seinen formel 1 partys in monaco auf die sind auf seiner jacht er hat eine riesige 100 meter jacht früher hat er mich manchmal in seinem privatjet einfliegen lassen denn er entscheidet sich gelegentlich ganz spontan ich will eine party machen er hat auch einen eigenen nachtclub in seiner villa in goa ich habe auf seinem 50 geburtstag gespielt das war eine riesenparty leute wie enrique iglesias und lionel richie waren da die feier dauerte vier tage anfang 2016 endet der höhenflug des party löwen nachdem der indische staat seinen reisepass annulliert kann er sein exil nicht mehr verlassen doch das ist alles andere als unbequem vj malia hat seit mehr als 20 jahren einen wohnsitz im norden londons eine große villa mit garten nicht minder luxuriös als die in südfrankreich zweimal wurde mal ja in england kurz festgenommen kam aber sofort wieder auf kaution frei interviews will er nicht geben doch den öffentlichen auftritt zum saison start der formel 1 lässt er sich nicht nehmen auch 2017 präsentiert er den neuen boliden seines rennstalls vor kameras aus aller welt natürlich will die versammelte presse auch dass er sich zu den anklagen äußert doch er ist sich keiner schuld bewusst und sieht sich als opfer von intrigen ich persönlich schulde keiner bank nur einen euro kingfisher alliance limited ist leider nicht mehr im geschäft und man will mich persönlich dafür verantwortlich machen werden sie sich bald der justiz in ihrem heimatland stellen warum sollte ich zuerst einmal muss es eine rechtmäßige klage gegen mich geben was nicht der fall ist das stimmt so nicht seit november 2016 besteht ein gültiger haftbefehl gegen mal ja und ein auslieferungsantrag denn da hatte der multimillionär indien schon verlassen angeblich in absprache mit hochrangigen regierungsvertretern die botschaft wer genügend geld hat braucht sich nicht an gesetze zu halten auch der junge millionär evan lutra liebt london dies ist ein gutes pflaster auf seinem weg ganz nach oben in die rangliste der reichsten inder zurzeit vermarktet er hier seine neue app die nachtclub besuchern das leben leichter machen soll london ist der beste markt dafür hier sind so viele leute die zu viel geld für champagner ausgeben und sich am nächsten tag nicht mehr daran erinnern mich eingeschlossen man geht aus und bestellt immer mehr champagner mit wunderkerzen damit die mädchen an den tisch kommen das will man doch ausgehen und angeben die gesellschaft ist so oberflächlich es geht nur um konkurrenz und jeder will gesehen werden die app wirft eine kommission ab für alles was die leute bestellen daran verdienen wir loutra kassiert mit seiner app bis zu 20.000 euro provision pro nacht heute abend trifft er sich auf einem jahrmarkt mit stan einem jungen franzosen der einen investor sucht er will ein virtual reality headset für medizin studenten bauen also ich setze mir das headset auf und was sehe ich dann einen arzt der operiert genau und sie sehen zu und erleben alles detailliert mit beim zuschauen lernen sie sie haben doch sicher eine zahl im kopf wie viel geld brauchen sie es ist keine riesige summe 80.000 pfund und wo gehen diese 80.000 pfund hin in die löhne und gehälter der junge erfinder erhofft sich von diesem treffen eine finanzierung seines projekts und tatsächlich wird lutra einige wochen später 580.000 euro in das start-up unternehmen stecken im jungen millionär geht es nicht nur darum sich in indien einen namen zu machen er will weltweit bekannt und beliebt sein dafür reist er um den globus und gibt freizügig geld aus das ist er seinem image schuldig 24 stunden später steigt er in berlin aus einer limousine in diesem edelhotel hat er die präsidenten suite für 2700 euro pro nacht gebucht ein treffen mit gleichgesinnten millionären alle junge männer unter 25 ob chinesen deutsche russen oder inder sie sind teil eines netzwerks das sich rich kids of instagram nennt reiche jungunternehmer die sich in den sozialen netzwerken feiern lassen ihre liebste freizeitbeschäftigung möglichst viel geld ausgeben und damit möglichst oft prahlen egal wie trashig und anrühchig ihre videos und fotos wirken sie schicken sie ungehemmt in die welt hinaus hauptsache ist im mittelpunkt des interesses zu stehen ihr slogan sie haben mehr geld als du und das machen sie damit eine art weltmeisterschaft um die teuersten reisen parties und spielzeuge evan lutra ist einer der aktivsten der gruppe und sieht sich als eine art popstar unter den investoren das auftreten der jungen kapitalisten ist hemmungslos an der grenze zur grobheit lasst uns anstoßen auf unseren gastgeber ich hoffe wir haben heute abend viel spaß auf dich evan ich sage immer arbeite klug und spiel genug mach einfach das richtige viele leute arbeiten hart aber erreichen nichts im leben und ich muss nur jemanden anrufen und schon ist eine million auf meinem konto wenn man geld ausgeben will wie wir kann man nicht dumm sein dumme leute haben kein geld diesen pleite also wer geld hat der hat auch was im hirn auch heute will evan vor allem über die sozialen netzwerke zeigen wie reich er ist seine fan community soll weiter wachsen ich habe 200.000 follower und die wollen was sehen versteht ihr ich muss ihnen was bieten das menü und der champagner sind nur das vorspiel des abends in einem angesagten nachtclub findet danach erst die eigentliche action statt inder lieben gold alle inder lieben gold das ist so wenn du inder siehst tragen sie gold so wie das hier mit ihren fotos von schmuck champagner und leicht bekleideten frauen bedienen die nachwuchs milliardäre alle klischees ihrer anhänger auf instagram nicht zuletzt dank der so geknüpften kontakte hat evan lutra sein geld weit gestreut er investiert in über 40 unternehmen weltweit schon bald will er sich auf der liste der reichsten menschen der welt sehen als einer von jährlich etwa 20 neuen indischen milliardären